Also gleich ist es ja Nacht und bevor das ist, da müssen wir ja noch unbedingt was machen, bevor es Nacht wird, weil wenn es Nacht ist, sieht man nicht mehr so gut. Achso, ich nehme ja schon auf. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der Playstation 3. Wahre Worte, die ich gesagt habe. Wahre Worte. Schauen wir aber erstmal wieder in den Playstation 3 Account rein. Moin Moin, schreibt mir ClanGamer55. Das ist glaube ich der Account von Justin. Den habe ich bei WhatsApp. Bin mir aber natürlich nicht sicher. Boah, wisst ihr Leute, ich habe einfach ein vollen fettes Problem. Ich habe einfach so viele Leute auch so auf YouTube abonniert, dass ich gar nicht mehr durchblicke bei mir, auf meinem YouTube Account blicke ich nicht mehr durch. Also jede 3 Minuten kommt bei mir ein neues Video von einem anderen YouTuber, da blicke ich nicht mehr durch. Aber egal. Ja, heute habe ich mal gedacht, ich rede heute mal über einen YouTuber, der mich echt zum Lachen bringt. Wirklich zum Lachen bringt. So. Ja, es fühlen sich bestimmt schon ein paar angesprochen, aber ich möchte heute mal auf einen YouTuber eingehen, wo ihr gerne mal alle drauf gehen könnt. Und zwar ist es die Puti... Ich weiß gar nicht, wie er eigentlich heißt. Oder wenn man es richtig ausspricht. Und zwar Puti Tangeng. PS3. Ich kenne ihn persönlich, privat überhaupt nicht. Ne. Ihr habt ihn weder nochmal... Ich habe ihn noch nicht mal angefasst oder sowas. Ne. Aber es geht mir eigentlich um das, was er auf YouTube macht. Und das sind unglaublich lustige Videos. Und ich habe auf YouTube noch fast nur wenige YouTuber gesehen, die auch wirklich so ehrlich sind, korrekt sind, unmenschlich sind. Also wen kenne ich denn da? Da kenne ich zum Beispiel Kieler Junge94, der ja aufgehört mit YouTube hat. Er aufgehört mit YouTube hat. Was ist denn das hier wieder für ein Deutsch? Ja, es ist ein Deutsch. Ist gedeutscht. Auf jeden Fall, Puti Tangeng, wenn du dieses Video sehen solltest, ich glaube natürlich nicht, dass du das sehen wirst. Ich wollte dir nur einmal eins sagen, dass du ein richtig cooler YouTuber bist. Unglaublich nett. Unglaublich korrekt. Überhaupt nicht so abgehoben, asozial oder irgendwie, wie man das so kennt. Du bist einfach, du, du bist verrückt auf deine Art und Weise, das weißt du auch und du verstellst dich nicht. Und das ist doch mal etwas, was man dir hoch anrechnen kann, weil man bei dir auch wirklich sagen kann, hey, so wie du dich hier gibst auf YouTube, so bist du auch. Ja, Puti Tangeng, Leute, Puti Tangeng, wer kennt die, wer kennt die nicht? Ich kann, äh, den Anfangsspruch habe ich bisher noch nie richtig verstanden. Elso de Mizo de Mizo de Mizo, äh, äh, Puti Tangeng, PS3. Und dann diese Lache. Ha, 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 ha. So. Oder ich kann es jetzt nicht nachmachen, das ist, äh, wirkt nicht authentisch. Äh, aber auf jeden Fall ist das ein saugeiler YouTuber und ich will mich einfach mal bei dieser Drecksau bedanken. So eine geile Sau. Geiles Video-Zeug, was der produziert. Der produziert wirklich geile Scheiße. Muss ich wirklich mal so sagen, der produziert wirklich richtig geilen Mist. So. Zack. Ja, Fallschirm, glaube ich, muss ich schon öffnen, das ist mir schon klar. So. Ja. Und jetzt würde ich gerne mal von euch was wissen. Und was ist eigentlich, äh, was ist eigentlich euer Lieblings-Let's-Player-YouTuber? Aber bitte sagt nicht mich oder so, sondern bitte nehmt jemand anderes, äh, äh, in dieses Ranking, sondern sagt einfach, äh, ich mag den Kronk oder ich mag, äh, den, äh, den, 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 äh, Marihuana-LP oder den Tomaten-LP oder sowas. Ne, man muss ja nicht unbedingt jetzt die großen YouTuber mögen. Es reicht ja auch, wenn man kleine YouTuber mag. Und ich kenne viele kleine YouTuber, viele kleine YouTuber kenne ich, die haben einen besseren Content als die ganz großen. Und das ist doch irgendwie, finde ich, ein bisschen schade. Aber es sollte auch nicht schade sein, sondern man sollte seinen Weg gehen. Es geht nämlich auf YouTube, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht um Klicks, nicht um Abonnenten und auch nicht um Geld, sondern um Spaß. Dass man selbst Spaß hat. Und das Wichtigste ist, dass man auf YouTube, äh, dass es immer ein Hobby bleibt. Und man nicht so viel Zeit investiert, dass man, äh, vom PC verwahrlost und auf einen Kommentar wartet, das vielleicht irgendwann mal kommt. Oder, keine Ahnung, ne. Immer ein Hobby bleiben, weil irgendwann mal, wenn dein Account weg ist, ne, dann kannst du sagen, okay, der Account ist weg. Aber wenn jetzt, wenn du dein ganzes Leben nur auf YouTube verbringst, wie andere große YouTuber, und dann irgendwann mal der Account durch den Heck weg ist, dann ist das Leben weg. Das Leben. So sieht's aus. Auf jeden Fall sag ich ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer YouTube-Games kommen auf der Playstation 3. Ich bin genug rumgerannt. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.